Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Keine Chance, Captain. Freizeitengeschütze kühlen ab. Zeigen wir uns Ihnen von unserer besten Seite. Volle Energie auf die Manöver düsen. Aktivieren Primärwaffen, Captain. Hi, Captain. Schiffsrumpf wird verstärkt. Schilder aktiviert. Hexöhle wird deaktiviert. Alle Waffen übertanktet. Verstanden. Wechseln zu Primärwaffen, Captain. Startbereit. Freizeit abgefeuert. Schilder aktiviert. Zeitliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Aktivieren Primärwaffen, Captain. Hexöhle offline. Gesamte Breitseiten-Batterien abfeuern. Verstanden. Wechseln zu Primärwaffen, Captain. Wir brauchen Zeit für die Exöhle. Schildskonzerung auf 50% Captain. Breitseiten-Geschütze im Einsatz. Aktiviert. Puh, vielen Dank. Schützen wir den Rumpf. Hexöhle in Betrieb. Wir wurden getroffen. Sofort Schreibungskontrolle einleiten. Schilde aktiviert. Hexöhle wird deaktiviert. Stammbereit. Verstanden. Wechseln zu Primärwaffen, Captain. Waffen sind übertaktet. Falle Breitseite. Breitseiten-Batterien. I-Captain wird aktiviert. Aktivieren Primärwaffen, Captain. Korvette ausgeschaltet, Captain. Volle Energie auf die Manöver düsen. Breitseiten-Plasma-Batterien haben Ziel erfasst. Kommt sofort. Verstanden. Aktiviert. Kontakt eliminiert. Feindliche Hilfskreuze wurde zerstört. Volle Energie auf die Manöver düsen. Verstanden. Wechseln zu Primärwaffen, Captain. Breitseiten-Batterien feuern. Schilde aktiviert. Startbereit. Begleit. Breitseiten-Batterien. Reiseiten-Batterien. Begleit. Reiseiten-Batterien. Reiseiten-Batterien. Exile aktiviert. Aktivieren Primärwaffen, Captain. Exile eingesetzt. Exile wird deaktiviert. Sie hat den Captain gehört. Schilde aktiviert. Volle Energie auf die Manöver düsen. Energie auf Waffen. Volle Energie auf die Manöver düsen. Aktiviert. Startbereit. Breitseiten-Batterien. Schilde erfeuert. Aktivieren Primärwaffen, Captain. Mehrere Treffer. Reparatur-Teams sind im Einsatz. Nein, das müssen wir erstmal knacken. Exile wird deaktiviert. Schilde aktiviert. Rumpf-Integrität bricht zusammen. Schild fallen. Ziel aufgeschaltet. Volle Energie auf die Manöver düsen. Atomsprengkopf visiert feindliches Schiff an. Hier auf den Captain gehört. Autokanonen sind ready. Laden nach. All Captain aktiviert. Schilde aktiviert. Nachladevorgang läuft. Verstanden. Verstanden. Wegs an zu dringend feindliche Raketen im Anflug, Captain. Volle Energie auf die Manöver düsen. Verstanden. Pflicht an zu dringend feindliche Raketen im Anflug, Captain. Schild aktiviert. Volle Energie auf die Manöver düsen. Volle Energie auf die Manöver düsen. Schild aktiviert. Volle Energie auf die Manöver düsen. Schild aktiviert. Volle Energie auf die Manöver düsen. Schild aktiviert. Schilder aktiviert. Verstanden. Wechseln zu Premierwaffen, Captain. Autokanonen werden nachgeladen. I-Captain, aktiviert. Wir haben nichts mehr übrig. Alle Waffen übertaktet. Aktivieren Premierwaffen, Captain. I-Captain, wird aktiviert. Schilder aktiviert. Verstanden. Feindliche Sprengkürze haben unsere Position erfasst. I-Captain, aktiviert. Wir haben unsere Einschläge festgestellt. Wir haben ihn testen. Feindlicher Dreadnought vernichtet. Schilder aktiviert. Autokanonen sind ready. Die Autokanonen müssen erst noch aufgeladen werden. Nachladevorgang läuft. Aktivieren Premierwaffen, Captain. Aktiviert. Unsere Waffen haben das Ziel erfasst. Wir greifen an. I-Captain, aktiviert. Wir haben nichts mehr. Alle Waffen übertaktet. Waffen anzurufen. Wir haben das Ziel erpackt. Wir haben das Ziel erpackt. Und die Luft wehrt. Wir haben auf Waffen übertraten. Waffen machen. Wir haben die aufwendige Hoffnung. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aktivieren Primärwaffen-Captain. Aufgeschaltet. Feind entdeckt. Position wird übermittelt. Fall-Captain wird aktiviert. Volle Energie auf die Manöver düsen. Wir haben nichts mehr übrig. Feind. Untertitelung des ZDF. 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 Vielen Dank.